ja und von mir wird ein Foto von dir auch du komme hier wo sind die sich verwirklichen ach ich glaube ich weiß wo das Bett ist hey lol wir haben sowas gar nicht doch hier drunter doch hier drunter hier ist das Bett deswegen haben die hier auch zugebaut das macht Sinn macht Sinn so ein paar Spitzhacken wieder für dich nein doch ich brauche immer einen dummen dem ich die Sachen geben kann ich hatte schon eine Scheißspitzlacke Spitzhacke Spitzlacke ja das ist ein Eisen und noch eins ich werde jetzt irgendein Team kaputt Aufnahme er nimmt auf 4 juckt kein aufnommen nun die gehört 8 er schreibt es aber da er kommt sich lauert zu uns Achtung und der Leiter ist der Junge bezahlt wird blöd die Stolzene hat es gesetzt holen was die Faschen aber es gibt sie nicht okay das war es ich wurde einfach ich bin bei einem aus unserem Team mitgelaufen ich bin mit dem rumgelaufen ja stimmt ja ja wir wissen doch alle von deinen Hacks von deinen mit rumlauf Hacks bitte ich verarsche nur auf den Scheiß und dann werde ich einfach wie als hätte der so eine so eine Spezialattacke eingesetzt werde ich so von dem weggehauen Krone 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 ja ja ungefähr so für die Prozent Prozent da hat sich runter ich baue jetzt als Rote Bette Prozent aus Karnel aber doch ich brauche es eben ist das rote Bett abzug auf Prozent der DT 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 alles gute Komponente mein Freund okay ich glaube die Hälfte irgendwo lebst du das Bogentöp Bogentöp ja ich habe den Bogentöp gestört hat und jetzt können wir hier wieder weg wir wollen nicht so jetzt war ein Block in dem Nichts das ist ein Tarsch alle haben eine Spitzkarte ich würd mal sagen die nehmen wir nicht das sind wir haben nicht in drei Sekunden fünf Betten zerstört das geht halt echt nicht Leicht Jungs LP ich will ein Bild von dir Scherzi ich will ein Foto von dir ja Boss hat er es gesehen meine Freundin was will ich jetzt mache um Euron ich jetzt LP steht einfach wie der AfKaschatz ist alles in rum du hast gerade vorher aufs Club geleckt hab ich noch nie bei dir was will ich gerade machen bin richtig dreist ne Leute ich hab einfach den mit der Spitzhacke runtergeschlagen weil mir läuft die Typen sehen mich nicht so die irgendwie behindert die Händler sind die über die Hände ich bin der Juli Jahren und ich möchte jetzt ein Jahr bettab haben das wird aber er hat aber auch mal und das ist nicht auch immer wieder neu das war unfair Tata Kaka auch nicht und ich bin da hat er mich gegründet ist es voll um er ist reich für dich ich bin ich bin so klingst du bei mir Guck mal, ich hab dir was geschenkt. Horst du dich denn nicht? Haha, hab ich der Bauch. Ich hab keine Ahnung, wie sich das für euch anhört. Wer behindert. Ja, kann ich mir vorstellen. Ungefähr so hört sich für mich auch an. Sagen wir mal so. Warte, ich hab ein Geschenk für dich Shadow. Ich hab meine Brücke noch nicht gebaut. Leute, Typ, back in der Luft. Der Backkuchen 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 in der Luft. Bei uns läuft. Du bist tot. Du bist so tot. Ich hab ein Geschenk für dich. Nicht 5000. Eine in Ordnung, aber nicht 5000. Ja, genau. Für jeden Slot eine. Dass du dich nicht... Dass du dich nicht verscrollst. Ich will dich nicht verscrollen. Ich bin ganz weh. Du blöder Pavia-Arsch. Boah. Du blöder Pavia-Arsch. Du blöder Pavia-Arsch. Ist mir gerade so ein Sinn gekommen, Alter. Du blöder Pavia-Arsch. Aber diese Pavia-Arsch. Aber diese Pavia-Arsch. Aber hier geht immer gar nicht. Ah. 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 Ich töte dich. 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 Dankeschön, dass du mich nach vorne geschlagen hast. Und dass ich jetzt gleich sterben werde. will ich jetzt! Wuuuh. Ob ich jetzt Flash-Tune-LP auf K rum oder was macht der? Du wurdest von Flash-Tune-Lps getrunken. Nein! Tut er nicht! Ok, ich glaube ich... Der eine hackt, gell? Der GOMF-Typ hier. Ja. Gom hat die hackt auf jeden Fall. Nein! Aber der eine GOMF-Typ hier hackt. Der kriegt mich mit der Hand down. Du bist auch einfach scheiße. Ich hab auch kein Wunder, ich kann dir auch mit der Hand down. Ach man, so scheiße. Ich geh jetzt zu Flash-Tune LP. Ah no, Fletsch, wollen wir Screen machen, während du spielst? Wollen wir Screen machen, während ich da Bett abbaue? Ich mach dir auch nichts, Flash-Tunes. Flash-Tunes, 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 da ist Flash-Tunes. Ah, ich wurde von ihm getötetet. Ja, jetzt wird ich von deine. Oh, da ist Flash-Tune. Ich schau schon ab. They're a mess with a Flash-Tune. Flash-Tunes, oh, ich baue jetzt das Bett ab von den komischen Pippen hier. Wir wollen das nicht mit. Oh, Alter, die hatten da einen Block vor dem Scheiß-Bett. So viele. Ja. So, ich hab den komisch-Typ getötet, Mann. Du bist einfach nur schlecht, ganz im Ernst, ne? Du sagst, der Typ hackt und ich krieg den einfach down, obwohl ich schlechte Ausrüstung hatte das ja. Ja, aber die Ping war richtig hart von dem. Ich bin auf jeden Fall. Das ist einfach nur schlecht. Ich hab das ganze Team Blue vernichtet. Das ganze Team Blue. Ja, du bist einfach der Wahnsinn, du. Ich bin der Beste. Ich bin der Beste. Ich bin der Beste. Ich bin nur noch rot. Du hast folgendes natürlich unterhalten. Ist das ein Weibar Games? Ich bin der Beste. Er wärst jetzt. Ja. Das ist Flash-Tier in der LP. Ich bin mit Flash-Tier in nichts gesprungen. Ja. Du bist der Beste. Ja, ich bin der Beste. Ja, ich bin der Beste. Ja, ich bin der Beste. Ich bin nicht eingebildet, Leute. Screen, ich will ein Screen, weil Leute, Flash-Tier in LP, der boxt mich ganz schön dolle. Leute, ich bin nicht eingebildet, ich bin einfach nur der Beste. Ja. Das entspricht auf jeden Fall der Wahrheit. Ja. Ich war es auch total ernst. Ich bin niemanden, der besser spielt. Ich bin Flash-Tier in LP von hinten. Ha, ha, ha. Flash-Tier nicht so dolle. Ich weiß nicht, was es zwischen den Spenden ist, aber... Ich bin nicht so dolle Flash-Tier. Oh ja, vielleicht kann ich ihn von der Seite hauen. Von wo willst du ihn doch überall haben? Aha. Von aller... Nein. Ey, das kippst du nicht. Ich nehm die Runde doch nicht. Ich aber. Auch wenn du die ganze Zeit noch Flash-Tier geierst. Gar nicht. Natürlich. Das ist ein toller YouTuber. Ich guck seine Videos. Ja, ich guck auch von... Siehe die Videos, du bist trotzdem kein toller YouTuber. Hehe, gelissen. Ich hab da ein besseres Geschenk für dich. Was denn? Weil die Runde ist so sinnvoll heute Abend. Ich nehm sie, glaub ich, auch nicht. Das hast du bereits gesagt. War egal. Hm, was? Ja. Ich baue mich jetzt von hinten an deren Bett hin. Ja, ich weiß nicht, was du mit dir im Bett hast. Ich mach jetzt... Ich mach jetzt die Golfi... ...irgendwann wieder anzulecken. Was machst du? Mach die Golfi-Tag. Oh, die haben mich hier gesehen. Oh. Ja, ich mach die Deck-Taktik. Man leckt einfach. Wow, voll die Taktik, Alter. Ich spring jetzt zu dir runter und zeig mich. Haha, verstummt. Was zeigst du, Herr Ron? Was zeigst du? Herr Ron, was zeigst du? Guck, Flash-Tunes. Alter, was geirgst du die ganze Zeit so nach Flash-Tunes? Ich bin dann cool. Ich bin Flash-Tunes. Ah, da, da. Flash-Tunes. Okay. Tut mir leid, Flash-Tunes. Aber dein Leben ist zu Ende. Du hast dich mehr gedient. Gut. Was? Ich hab Flash-Tunes getötet. Ich hab Flash-Tunes getötet. Ich hab Flash-Tunes getötet. Und jetzt wird mich... Wie ist der Dup-Auffell? Ich wurde von Tech irgendwas getötet. Jetzt ist Tech vor Zoll, weil der hat mich getötet. Ich mag's, wenn Leute mich... Nein, jetzt ist ja ein Typ einfach ins Nichts gesprungen, denn ich hätte gesehen, dass ihr Bauer. Loh, wer? Hallo, seht ihr mich hier? Das war eine gute Taktik, also. Warum will ich jetzt nicht springen? Oh, ich bin hinter dir geflopft. Das ist so einfach an mir vorbei. Oh, Mann, ich bin in der Runde, hallo. Das war ein Bewerbungsgespräch, hallo. Nein, nein! Das ist nicht gut. Ach, Mann. Boah, hier ist voll gut, Mann. Das ist voll in der Ecke. Ja, warte. Ich komm runter zu dir und mach... Ich spring... Hast du's gesehen? Der springt einfach daneben. Aber der hat noch paar Versuche. Ja, ich bin der... Hallo. Oskar Boss. Ich springe vor dir wieder. Ich springe aber mal wieder daneben. Ich spass dran habe. Was ist das hier? Was ist das hier? Ist das mit Ross? Muss man da nicht vor der Insel runterspringen? Ist das hier? Achso, der kommt da oben wieder. Ja, ich bin. Hallo. Hallo. Ich springe es gerade hoch. Und zeige mich ihm. Das sind mehrere Leute. Hilfe. Ist das Flash-Tunes? Flash-Tunes bitte? Vorhalts. Also das ist geil jetzt so. Jetzt werfen ein bisschen Essen hin, bitte. Ja, wir essen. Ja. Und dann werfen ein bisschen Steine hin, bitte. Äh, diesen paar Steine hier. Werb sehens nichts, aber doch, ich hab sie. Mir sind eben nur scheiße. Flash-Tunes, ich will zu dir. Oh, das ist ein Roter. Hier oben ist ein Roter. Und ich wurde... Nein. Vielleicht hab ich da runtergeflogen. Hast du's grad gesehen? Du möchtest schützen. Alter. Ich sag grad, sieh. Hier ist ein Roter. Ja, ich baue hier rein. Ja, nein. Nein. Warte, steine. Ich komm jetzt, ich komm jetzt. Oh, nein, da sind wir zufrieden. Ich hab ihn getötet, ich glaub ich. Voll die gute Tick-Tack. Tick-Tack, ey, sag mal, äh, fick ich. Sagen wir da auf, bitte. Ich bin hier als frohme Judenamt produktiven Bauen. Ja, ja, ich hol kurz was, um deine Arbeit zu unterstützen. Ja, ich hol kurz was, um deine Arbeit zu unterstützen. Ich sterb Gott. Da bin ich nicht gesehen. Doch, die haben mich gesehen. Nein. Böser, Katoschkabros. Bist jetzt tot? Wollen wir nicht gesehen. Nein, nein, vielleicht ihru. Ich bin tot. Ha, ha. Ha, ha, wir haben geblieben, ich war bis zu hier. Ich habe es die geilste Strategie, die ich je machen konnte. Doch, keine? Doch. Ja, aber dann wärst du nicht die Beste. Keine Strategie, beste Strategie. Kommst du wieder runter auf den Geheimpfad? Ich glaube, ich will jetzt einfach vorne angreifen, weil von vorne ist immer ein Weizen. Ey, tu doch nicht alles Gold raus, Dankeschön. Ich will mir jetzt die beste, geilste und überpowerste Spitzhacke der Welt. Und dann wählte ich die ganzen Leute zu Ende. Okay. Welten ist auch voll das Pferd. Ey, hast du letztens schon mal geweltet? Ich steck mal ein bisschen ab, Karol, ich muss kurz was machen. Nun muss ich mir flecht, ich muss uns bewundern, du. Ich lecke voll. Weil damit ich nicht lecke, fick dich. Ich möchte die Bleu unter dir abhauen. Ich bin aber auch nicht gestorben, weil ich keine Lust mehr hatte. Ich muss ja nicht so laut sein, aber das funktioniert nicht so ganz. Was? Soll nicht so laut sein. Äh, was soll ich? Ich brauche Eisen. Oh, ja, hat sich jemand von oben hingebaut. Ach, schau mir bitte das Ding runter. Schau mir bitte Sachen runter. Äh, äh, äh. Ja, du bist scheiße. Ich bin scho. Ich bin scho. Ich leg deinen Stein, ja. Die sind grüner, die sind grüner. Ja, ja, ja. Nein. 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 Ich bin bei denen. Nein. Ich brauche mich ganz weit nach oben. Komm schon, bitte überlebt das. Honestly, ottoj! Ja, der Setz gesagt hat! Ich bin zu wysya. Habe ich stelle dir schon wieder? Ich bin zu wysya! Oh, ich töte FLPsOK! Mit der Hand vielleicht vielleicht... Aber... Cher should wehack! Ich werde jedenfalls behecken. Got' dat! Spaß. Stutz geht von Ins encontra- gar nicht das kohle soll sein wie dies ist nicht so gut in der ich hätte ich habe bessere Spitzhacken als diese komischen nein ich habe sie es ist eine gewünschte Teil ich werde der Spitzhacken zu das ist voll trolling ich bin der halte weiß wie viel zeug ich dabei habe das ist mir egal ich habe nur 50 gold dabei bitte bitte ich habe ein Spitzhacken dabei man juckt mich nicht doch nur das Fläschungs-LP jetzt wird sie zu dir ne nein die wurde getötet du A gut ja also die Runde hat sowieso keinen Sinn mehr hast du noch ein paar Spitzhacken da liegen lassen äh ja beim Eingang an der Kiste sind ja welche wo ist denn das schweiß Bett? Bamm wo ist, Flashthotepä? Flashthotepä den will ich töten! ich will Flashthotepä den töten! Bamm Junge! Rache! Da ist den Gehauern. Ich mach den Grund einfach nichts Effektives in der Dappen rum. Okay, also Leute, hier sehen Sie ja eine Besichtigung von der schönen Stadt. Flasktune. 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 Bester Wadelsur. Es sind noch zwei Leute. Hier ist noch roter. Ja, aber die roter haben wir noch nicht abgebaut. Die roter haben wir noch nicht abgebaut. Ah, das ist das beste Schwert, scheiße. Ich bau jetzt das Bett. Ich bin versächtet mit 50.000 Euro. Ich bau nicht das Bett ab. Der wird alle getötet. Der wird alle getötet. Rotz und Reizgegner jetzt. Also was, ich bin die Aufnahme, wir haben gewonnen. Also dann, wenn euch die Folge gefallen hat, du glaubst, einen schönen Tag, du wirst gar nicht mehr rein und tschau. Wolle, Rommel, aber auch wieder scheiße. Ja, was ist? Das schon wieder scheiße, wo es auch noch überhaupt nicht nimmt. Ja, aber trotzdem so. Flashtions und so, kannst du? Hä, wir haben doch überhaupt nicht gewonnen. Ja, doch, haben wir. Guck doch in den Tab. Hast du da was? Guck doch rein. Hä? Nein, wir haben doch ein Bagel, ne? Ich bin Sieger der Herzen. Okay, also das passt. Du hast bisher noch nicht die Runde geschafft, Mann. Bist du scheiße. Doch, pass auf, ich schaffe gleich was richtig cooles. Was dann? Scheiße zu sein? Nein, noch mehr. Ach, richtig schön, dass das so ein... Ich habe... Ne, fuck, ich... Nehm ich auch offen, das ist dir klar. Lol, ich tue dir einfach den letzten, okay? Hä, wir haben das Bett noch nicht abgebaut. Der hat mir das da hingeworfen. Der hat mir das... Wir haben das fucking Bett noch nicht mal abgebaut, du scheiß Noob. Ich habe... Der hat mir seine Sachen gegeben. Eisen... Das Eisenschwärts, Bogen... Ey, da hat zwei Bögen, soll ich dir den Bogen geben? Ja, gib mir den scheiß Bogen, aber... Das Bett ist noch nicht abgebaut. Noch nicht? Nein. Oder ist FlashTools LP dann geläftet? Das war ein anderes Team, du Followerst. Wir haben nur Rote. Der FlashTools LP war gelb. FlashTools LP war rot. FlashTools LP war gelb, ich habe ihn doch eben getötet. Guck nach, der war rot, ich bin gestorben mit dem geilen Star. Ich war der rot, hab ich doch gesagt. Ach, die haben kein Bett mehr, wusste ich. Okay, ja, ja. Ich hol mir jetzt eine Perle, warte, 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 ich hol mir jetzt eine Perle. Ich hol mir jetzt eine Perle, ich hol mir jetzt eine Perle. Ich hol mir jetzt eine Perle. Ich hab' den Schiff mit der Handtöte. Ich hol mir jetzt bei diesem Schiff hier eine Hände. Darf ich die werfen? Nein. Du verwirfst sie sicher wieder. Bestimmt, ich verwerf die Mieder zu dir nicht. Ja, ja, hat mir in der letzten Runde gesehen. Was denn, Geschäfts-Geschäftsmann, hab ich erzählt. Aua. Oh, danke, der hat mir geholfen. Ich bin der Biest-Geschäftsmann. Okay, da hat den besten Bogen oder so, keine Ahnung. Okay, also Leute, die Runde hat für mich keinen Sinn mehr. Ich verabschiede mich. Komm schon, stopp! Hab doch einen schönen Tag und wir haben einfach gewonnen. Ich würde sagen, das war's von der Folge. Bad War zusammen mit Erron TV und... Nein, Herr Ecker, Herr Ecker, ja. Ich bin nur gut. Hab aufgenommen. Shadow Letts Bild. So, nee, das gibt's hier nicht, Leute. Ich würde sagen, was von der Folge... Hey, Bad Wars ist er mit Erron TV. Wenn ich die Folge gefallen habe, dann lass die Positivwertung da. Ihr negativ sagt, warum. Tschüss. Ich würde sagen, was von der Folge gefallen hat.